wollte ich stehen oder aua aua jawohl und und sehr gut sehr gut ach der steht rum da hat er noch mal geguckt ob keiner guckt tja das war fehl von ihm ein wenig ja immerhin so ich bin da ich auch aber ich krieg ihn nicht aber du oh ich hab einen Schubs gekriegt jetzt komm ich noch schneller voran oh ich bin nicht da der ist drin der ist drin ok wenn du halt nicht mitspielst dann mach ich es alleine ja ich hab mich gerade umgeguckt wo der ball ist hatte gerade nicht so wirklich die orientierung ich komme auch so ziemlich immer als erster an diesen fucking ball ran klauen sich immer gegenseitig den ball ist ja schon mal aufgefallen Mist deswegen müssen wir denen trotzdem kein Tor schenken genau was war das denn war ein Pass ja aber eigentlich sollte der anders aussehen oh so jetzt kriegst du den Pass der Brustet hinterher jetzt kriegst du den Pass oh ich kriegst keinen Pass ich bin Matsch oh schade oh noch ein Torschuss hauptsache oben erstmal sehr gut toll der hat mir meinen Saft geklaut jetzt jetzt dein Ding nein nein oh wieder voll Blu ich hab halt keinen Saft ich hab ein Saftproblem aber der könnte trotzdem reingehen nicht ist der Ball wieder hin ja der ist jetzt gerade vorm Tor ey das gibt's nicht der Typ noch dazwischen ne Wahnsinn und der hat ihn verkackt der hat ihn verkackt oh erstmal ins Tor reinschubsen hier oh eh nein oh ich dachte ich krieg ihn vom Tor gekratzt pass auf gucke 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 jetzt fahr ich da hoch hab gedacht ich krieg ihn noch gekratzt aber nicht erwischt und ich lieg da eh ahahahahaha da muss man mal Breakdance ahahahahah gut ok dann nehm ich dich gleich mit jo jo war auch nicht why not kommt der? kommt er nicht Achtung ich leg ihn vor oder auch nicht also manchmal klappt's mit der Scheiß äh Seitenrolle manchmal nicht jetzt zum Beispiel wieder nicht oh viel zu hoch der passt oh man ey oh der kommt der kommt boom Scharfschützer hehehe oh wie war das nochmal mit wenn du alleine und so hehehe ja ich bin hinten ne 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 hehehe warum denn nicht ja ne ne da hau ich das Ding an der Latte ne 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 hab ich das Ding abgefangen hab ich das Ding abgefangen ne nö doch das Teil hat Power leck mich so ein blöder Penner Ne 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 Das AD noch kriegt er die jetzt. Und drin. Oh, ein Zauberer. Magic. It's magic. Oh. 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 Feuer voll auf die andere Seite. Oh, ich hab dich nicht gesehen, ey. Ich hätte dich nicht gesehen, hätte er nicht ihn durchgelassen. Ups. Oh oh. Naja gut. Ey, da bei hinten waren sie sich wieder fast gegen Sajas. Hast du das gesehen? Jo. Loll, ich bin durch den Ball durchgeflogen. Hart. Bei mir hast du hier den Kollegen da voll weggehauen. Okay. Gibst du mir vor? Ne. Ah du... Nehmen da so richtig schön Maas, malen mir schon das Tor aus und dann... Dann kommt da der Cliff und haut das Ding rein. Jo. 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 So ist das halt. Selbstverständlich. Bin ja auch Ball fixiert, ich hab ständig als erster den Ball. He-Heh. He-Heh-Heh. wie-i. Und jetzt, John. Der ist doch in der Luft. Nein! He-Heh-Heh-Heh-Heh. Puh.